Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Retro. Wir sind hier wieder beim Learning English mit King's Quest 4. Und zwar haben wir uns hier mit Rosella in diesem Haus eingefunden, in diesem Geheimnisvollen. Und sind hier in dem Salon, also im Wohnzimmer, und haben eine Tür entdeckt. Ui. Wo geht die denn hin? Zu einem Turm, oder? Ja, es ist eine Treppe nach oben, und hier ist eine Schaufel. Da nehmen wir die doch einfach mal, es geht doch bestimmt. Take. Shovel, oder? Ja, und zwei Punkte dazu gekriegt. Yay. Okay, dann schauen wir doch mal nach oben, was es da gibt. Jetzt kann wieder dieses Treppensteigen, da muss man immer so aufpassen, dass es die nicht nach unten haut. Denn man kann auch sterben, in diesem Spiel. Und das ist, ich muss mich immer konzentrieren hier beim Treppensteigen. Furchtbar. Wir wollen ja erstmal hier die Gegend überall erkunden und Sachen sammeln, was nur geht. Ups, jetzt geht sie wieder runter. Mein Gott, diese Steuerung. Ups, nein, Staub. Jetzt da. Jetzt geht sie richtig. Und oben angekommen? Hallo? Ah, jetzt da. Nein! Das ist das, was ich sagte. Die kann sterben. Ja, ja, ja. Nächstes Mal passt sie besser auf. Hier war ich schon woanders. So, muss ich da nochmal hin. Ähm, ja. Genau das sollte einem nicht passieren bei so einem Spiel. Man kann die Treppen runterfallen. Man ist mal platt, das ist ja so gemein. Und die Steuerung ist echt fies, finde ich, mit der Tastatur hier, mit den Pfeiltasten, weil die kann ja auch so schräg gehen. Und, ups, äh, stopp. Das ist gar nicht so einfach, dir so eine Treppe hochgehen zu lassen. Vor allem wieder runterkommen. Das stelle ich mir jetzt auch sehr gut vor. Ne, das ist falsch. Stopp, stopp. Mit diesem Winkel hier. Geht's jetzt richtig? Stopp, 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 stopp. Ja, sie hat's geschafft. Oh, eine Orgel. Eine feine Orgel. Schauen wir uns aber erst mal an. Wir machen erst mal look at, ne, look around machen wir einfach erst mal. A dusty old pipe organ sits in the center of the tower room. Also, hab ich recht, das ist ein Turm. Eine staubige alte Pfeifenorgel steht in der Mitte des Turmzimmers. Ob man darauf spielen kann? Ja, wir setzen uns erst mal hin. Sit and play the... Oh, dann wahrscheinlich braucht man auch nur play zu schreiben. Och, jetzt habe ich wieder Platz geschrieben statt play. Ups. So was, das nervt immer mit der englischen und deutschen Tastatureingabe. Da ist nämlich das Z und das Y vertauscht. So, ich spiel mal die Orgel. Oh, welch schöne Musik. Was das Ganze jetzt bringen soll, weiß ich nämlich noch gar nicht. Oder nicht mehr, besser gesagt. Ich meine aber, das Ganze macht erst Sinn, wenn man es in der Nacht macht, bilde ich mir ein. Denn, ähm, auf Tamir vergeht die Zeit fast in Realtempo, meine ich. Ein bisschen schneller schon. Aber so ein Tag hat tatsächlich fast 24 Stunden. Naja, ein bisschen weniger wahrscheinlich schon. Oh ja, was für eine Virtuose du bist, Rosella. Ja, danke. Sehr freundlich. Dann stellen wir uns wieder mal hin. Stand. Okay. Dann gehen wir wieder. Schön. Aber Punkte hat uns das jetzt gar nicht gebracht. Dafür, dass ich jetzt wahrscheinlich hier wieder runterfalle. Angst. Zeig doch! Verflucht! Und ich habe nicht abgespeichert. Das ist jetzt ärgerlich. Doch, habe ich. Ätsch. Ich habe nämlich vorher schon abgespeichert. Und zwar muss ich nämlich gestehen, mir ist da so ein kleiner Patzer passiert beim Aufnehmen. Hehe. Irgendwie ist jemand nämlich an den Schalter für stumm fürs Mikro gekommen. Und dann hatte ich bei der ganzen Aufnahme keinen Ton mehr und musste das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Daher habe ich jetzt Gott sei Dank hier schon einen Speicher gehabt. Wenn ich hier wieder runterfalle. Ähm. Weil ich immer vergesse, in welchem Winkel ich hier laufen muss. Damit sie nicht platt wird. Die Dame. Äh. Es ist doch... Es ist echt anstrengend hier. Und immer stopp. Stop and go. Wie beim Autofahren im Stau. Komm, mir war reichlich doof vorher. Dippel, dippel. Komm, du schaffst das, Rosella. Das Stückchen gehst du jetzt auch noch runter. Genau. Ähm. Ja. Und das ist mir nämlich mit mehreren Aufnahmen passiert. Nicht nur von King's Quest. Weil ich das einfach noch nicht gemerkt habe. Ich habe es nicht kontrolliert, weil ich eigentlich immer das Mikro rausnehme. Rausstecke. Von den Kopfhörern. Das kann man abnehmen. Und da denke ich nicht dran, dass ich vielleicht auch auf Mikro stumm geschaltet haben könnte. Naja. Ja, was können wir denn noch machen hier in dem Haus? Wir können auch mal auf die Uhr gucken. Das können wir machen. Da steht ja diese schöne Uhr. Dann gucken wir doch mal drauf, wie viel Uhr es ist. Möglichst davor stellen. Ähm. What time? Zack. Was? Ne. Ich dachte. What time is it? Ha! Muss die Frage schon vollständig formulieren. Es ist jetzt 10.17 Uhr in der Früh. Hm. Da haben wir aber noch viel Zeit, bis das da Nacht wird. Dann gehen wir doch einfach mal wieder raus, würde ich sagen. Das ist nämlich das tolle... Oder kann man das überall fragen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe schon wieder vergessen, welche Taste das war, ähm, um seinen Eingabetext zu wiederholen. Was? Habe ich das jetzt falsch gesagt? What time is it? Oh, that is not clear. Also muss ich mich direkt vor die Uhr stellen, damit ihr das kapiert. Alles klar. So, jetzt sind wir wieder hier. Oh, da ist wieder der Wurm. Ähm. Ob wir das diesmal schaffen, den Wurm zu nehmen? Den brauchen wir nämlich. Den brauchen wir nämlich. Toll. Jetzt da. Ja. Jetzt habe ich schon gedacht, weil ich da hier, was das ist, diesen Hügel da oder diese kleine Kante darunter geplumpst bin, dass ich das wieder nicht schaffe, weil den Wurm brauchen wir für irgendwas. Ich weiß nicht mehr für was. Ich glaube für eine Angel, für den Fischer, glaube ich. Genau. Den wir am Anfang getroffen hatten, da am Meer in dem Haus mit seiner Frau. So, jetzt sind wir hier wieder im Zwergenhaus. Da wollten wir doch gar nicht hin. Wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich würde ja mal sagen, ich gehe jetzt erstmal in die Richtung, weil ich möchte jetzt noch nicht gleich die Berge hochgehen. Da war ja auch ein Weg in die Berge. Ich wollte erstmal hier die Gegend noch weiter erkunden und noch Sachen sammeln, die man so gebrauchen kann. Wir haben ja jetzt, ähm, was haben wir denn jetzt alles? Äh, nein, ähm, das war das falsche Kürzel. Ähm, nee, komm. Ja, ja, ja. Das war, genau. Ich musste gerade überlegen, welches Tastenkürzel das Inventar ist. Also, wir haben den Diamantenbeutel, den Goldener Ball, eine kleine Krone, die Schaufel, das Shakespeare-Buch und jetzt noch den Wurm mit uns. So. Ich weiß noch nicht, was wir alles damit machen können. Lass mal wieder hier. Wo ist er denn? Ach, da. Am Teich war mal ja auch schon. Das ist erledigt. Gehen wir da hoch. Ich glaube, ich laufe schon wieder hin und her. Bin schon wieder laut da gleich die Wege gegangen. Zimmer im Fischerhaus. Dann gehen wir doch einfach mal da hin und gucken mal, ob die was mit dem Wurm anfangen können. Könnte ja sein. Zufälligerweise. Ähm, im Meer ist auch irgendwas. Da kann man rausschwimmen. Das wollte ich noch ausprobieren in der Folge. Was da passiert. Es gibt da nämlich auch verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, an welcher Stelle. Helle. Man rausschwimmt, glaube ich. Ähm, jetzt würde ich aber gerne abspeichern, weil ich nicht weiß, ob ich nicht diesen Wurm hier verliere. Mal kurz. Obwohl, nee. Ähm. Genau, nehmen wir das doch einfach. Es geht der. Nee. Ich möchte mich dem Wurm geben. Der ignoriert mich. Oh, das ist nett. Achso, der will nur an mir vorbei. Ja, ist so ein Mist. Ich würde nämlich gerne diese Angel haben. Kommt der jetzt oder nicht? Hallo? Dann machen wir doch mal Open Door. Gehen wir einfach mal frech rein wieder. Und die ist immer noch beim Essen machen. Ähm. Kann man den Talk to nochmal machen? Bringt das noch was? Also mit ihr reden? Talk to women. Äh, woman. Äh, du versuchst freundlich mit der müde aussehenden Frau zu reden. Aber deine Worte treffen auf taube Ohren. Sie ist offensichtlich genervt von deiner Anwesenheit. Na super. Ähm. Help woman. Wir wollen ihr helfen. Wie kannst du das machen? Baked Breads. Das hatte ich, glaube ich, schon mal ausprobiert, oder? Äh, äh, äh. Ähm. Was können wir ihr denn Gutes tun? Ge- Diamond Pouch. Vielleicht will sie Diamanten haben. Hat sie Geld. Da brauchst du nicht mehr so hart zu arbeiten. Weiß ich bin nicht nah genug. Genug. Äh, wo war die Wiederholungstaste? Ach, ist doch egal. Oh, diese Frau ist schon aufgeregt, was du hier bist. Boah, nervst du dich mit anderen Sachen, mit Sachen hier? Hallo? Ich will nett sein und ihr was geben. Frechheit. Hör mal hier. Nehme ich halt den Schlüssel. Ach nee, das ging ja nicht. Mann. Was konnte ich denn da machen? Hilft mir denn keiner? Boah, ist das lange her. Ja, irgendwas konnte ich hier machen. Was hat sie denn noch dabei gehabt? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ähm. Vielleicht den goldenen Ball. Ge- Öch. Tippen. Ähm. Ja, 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 okay, also sie will definitiv nichts von uns haben. Dann nicht. Pech gehabt. Frechheit. Da ist man mal nett. Mann. Jetzt gehe ich wieder rüber. Tis, 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 tis. Jetzt sitzt er wieder da. Kann ich nicht weitergehen. Ähm. Versuchen wir es mal mit ihm. Wir reden mit ihm. Du sagst ein paar Worte zum alten Fischermann und wie auch immer. Er muss irgendwie andere Sachen im Kopf haben, denn er scheint dich immer noch zu ignorieren. Jetzt geht er ja. Ich habe ihn nicht. Ja, wohin geht er denn? Letztes Mal ist er auch nicht mitgekommen. Hm? Jetzt sitzt er da wieder. Was soll das denn? Also. Dann halt nicht. Pah. Dann gehe ich ein bisschen schwimmen, würde ich mal sagen. Lassen wir uns überraschen, was im Meer ist. Also wenn wir jetzt direkt hier vom Fischerhaus ins Meer gehen und schwimmen. Müssen wir mal gucken, wo wir da hinkommen. Wie gesagt, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wo man ins Wasser geht. Passieren unterschiedliche Dinge. Soweit ich das in Erinnerung habe, natürlich. Ich weiß auch nicht, ob sie ersaufen kann. Oh. Da ist ein Fisch. Können wir den jetzt so fangen? Die schwimmt aber langsam. Kann ich dem die schneller machen? Wie war denn das? So. Haha. Da komme ich nämlich. Oh, nee. Sollte es doch ein bisschen langsamer wieder gehen. Komme ich nämlich zu einer schönen kleinen Insel. Stopp. Da liegt was. Look at... Versteht der Ground? Something catches your eye. Why it's a beautiful peacock feather. Ah. Ähm... Etwas bestimmtes... Na. Fängt deine Aufmerksamkeit. Ist nicht der richtige Ausdruck. Ist jetzt egal. Ähm... Wie... Wieso? Ach so. Es ist eine wunderschöne Pfauenfeder. Na, dann nehmen wir die doch einfach mal. Ähm... Peekop brauche ich glaube ich nicht schreiben. Take feather. Nimm die Feder. Yay. Okay. Und nochmal zwei Punkte dazu. Also es gibt immer zwei Punkte für aufsammelbare Gegenstände. Das finde ich gut. Und da ist der zugehörige Peekop, Pfau. Kann man was mit dem machen? Machen wir. Look at... Peekop. So. A majestic peacock with a beautiful tail struts by. Hm. Ein majestätischer Pfau mit einem wundervollen, wunderschönen Schwanz stolziert vorbei. Struts. Ich bin mir nicht sicher, was das Wort heißt. Egal. Nöööö. Okay. Kann man nicht viel machen. Dann gehen wir doch hier weiter. Was ist das eigentlich für eine Insel? Also ich denke, es ist eine Insel. Wir gehen mal darüber. Dann sehen wir das. Und da ist noch ein Pfau. Dann gehen wir mal hier lang. Ui. Ein Schwan. Oh, schön. Äh. Zielen. Ja, jetzt müsste man nur noch hier drüber zielen können, dass wir über die Brücke gehen können. Ja, das... Oh, da hinten ist noch ein Kakadu auf dem Baum, sehe ich gerade auch noch. Richtig viele Vögelchen hier. Genestas kleine Feen bewachen die Palasttür. Also ist das Genestas Palast. Genestas ist ja die gute Fee hier auf Tamir, von der wir den Auftrag bekommen haben, ihren Talisman wieder zu kriegen, weil sie sonst stirbt. Ganz einfach. So, wir gucken mal hier ein bisschen rum. Ob man hier noch was sammeln kann. Ui. Überall diese Kleingirchenfeen. Hoho. Schön kitschig. Na, gehst du weiter, Mädel? Warum gehst du denn nicht? Kann die hier auch etwa runterfallen? Bitte nicht. Hä? Die soll die Treppe hoch. Hört die denn nicht? So, jetzt gucken wir noch da oben hin. Ui. Das ist die Genestas. Oh, die liegt im Bett. Und ist ganz krank, oder? Ja, Genestas ist sehr krank. Sie liegt unbewegt, unbeweglich in ihrem Muschelbett. Eine Muschel. Kann man den Zauberstab nehmen? Ich weiß gar nicht, was Zauberstab heißt. Äh. Magic. Ähm. Stick. Ne, versteht ja nicht. Egal. Ähm. Aber es stand jetzt auch nichts dabei. Ähm. Look. Ups. At Pit. You see nothing special. Look at Animal. Was ist das für ein Vieh? Nö, dann ist das uninteressant. Okay. Ja, dann gehen wir dann auch wieder. Da kann man hier wohl nichts großartig ausrichten. Dann haben wir das schon mal entdeckt. Das ist auch schon was. Wir haben ja die Feder gekriegt. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Ich weiß auch nicht mehr, wofür wir diese Feder gebrauchen können. Aber das finde ich dann schon noch raus, denke ich. So. Und an dieser Stelle, ähm. Ja, wenn wir hier draußen sind, mache ich dann auch einen kleinen Cut. Ja, ja, ja. Die bewachen immer noch die Tür. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020